Na, wer hoppelt denn da an? Bernd Reisig hat nicht nur Talent darin, einen Fußballverein zu leiten, sondern weiß auch, wie man Leute unterhält. So hat der Ex-Manager des FSV Frankfurt kurzerhand zusammen mit der Jahrhunderthalle Frankfurt die Weihnachtsschau Comedy Goes X-Math auf die Beine gestellt. Mit einem Krippenspiel der etwas anderen Art. Also es ist ein toller Abend. Wir sind ja nur ein kleiner Teil davon. Wir machen ein hessisches Krippenspiel mit tollen Leuten hier aus der Region. Und ansonsten treten ja noch Bodo Bach auf, Benjamin Tompkins, Gerdas kleine Weltbühne, Roy Hammer, Andy Pradinez. Also wir haben ein tolles Programm. Und wir spielen sozusagen die Geburt Jesus nach in unserer ganz eigenen hessischen Art. Weihnachten mal anders erleben. Neben den prominenten Sängern und Moderatoren dürfen natürlich auch Fußballer nicht fehlen. Normalerweise sieht man ihn im Tor des FSV Frankfurt. Doch seine Arbeitskleidung hat er heute mal abgelegt, um vielleicht ein neues Talent zu entdecken. Patrick Klandt hat den Ex-Manager seines Vereins jedenfalls schon überzeugt. Wir haben jahrelang gecastet. Also es war Wahnsinn, dass wir gecastet haben. Und dann haben wir natürlich nach schauspielerischen Fähigkeiten gesucht. Und da war der Patrick mit Abstand das Beste. Also wir hatten noch Robert De Niro, Bruce Willis, aber Paddy war einfach das Beste, was wir kriegen konnten für die Rolle. Er ist ja auf dem Platz einer der Besten und auf der Bühne, also muss man sagen, selten so etwas Großes an Schauspielern lebt wie Patrick Klandt. Mit Bruce Willis auf eine Ebene gestellt werden? Nicht schlecht. Der Keeper hat jedoch schon etwas Lampenfieber. Im Fußball kriege ich das nicht so mit, dass so viele Leute drumherum sind. Aber ich glaube, auf der Bühne ist es dann schon wieder so etwas anderes, wenn dann wirklich dann auch so das Licht auf einen fällt. Und deswegen, ich bin gespannt, so wie es wird. Wohler fühle ich mich lieber auf dem Fußballplatz. Doch wieso Patrick Klandt als Bauarbeiter Kasper auftritt und auch noch ein Hase auf der Bühne rumhüpft, ist doch geheim. Das erfährt man erst beim Krippenspiel am 25. Dezember in der Jahrhunderthalle Frankfurt. Das erfährt man erst beim Krippenspiel am 25. Dezember in der Jahrhunderthalle Frankfurt.